Oliver und Amira Pocher bestimmten diesen Sommer wochenlang die Schlagzeilen. Der Grund, ihre Beziehungskrise, die sie ausgiebig in ihrem gemeinsamen Podimo-Podcast die Pochers thematisierten. Schließlich bestätigen die beiden die endgültige Trennung. Sie wollen aber weiterhin ein Team sein, auch für die beiden gemeinsamen Kinder. Wie Amira durchblicken ließ, ging die Trennung von ihr aus. Nun meldet sich mit Ilzandra Malwölden auch eine Ex-Frau von Oliver Pocher zu Wort. Da sie ebenfalls gemeinsame Kinder mit dem Comedian hat, ist sie zumindest indirekt von der Situation betroffen. Klare Ansage von Pochers Ex-Frau, Sandy Malwölden feiert eigentlich gerade zusammen mit anderen Promis wie Lilly Becker auf dem Oktoberfest. Als sie von Bunte plötzlich auf die Pocher-Trennung angesprochen wird. Prompt schlägt sie ernste Töne an und meint. Es ist immer traurig, wenn eine Ehe auseinander geht, insbesondere, wenn Kinder involviert sind. Sowohl zu Oliver als auch Amira hat sie ein gutes Verhältnis. Aus ihrer Beziehung mit dem Komiker gingen drei Kinder hervor. Malwölden hat zwei weitere eigene Kinder aus der Ehe mit einem US-amerikanischen Geschäftsmann. Sandy Malwölden ist optimistisch. Trotz der schwierigen Lage bei den Pochers blickt die 40-Jährige optimistisch in die Zukunft. Wir versuchen, trotz der Umstände das Beste daraus zu machen, erklärt sie bei Bunte und gibt zu bedenken, dass insgesamt sieben Kinder involviert sind. Meyer Wöldens Einschätzung. Von daher denke ich, dass wir alle erwachsen genug sind. Wir haben es ja auch schon vorher hinbekommen, uns zusammenzuraufen. Als Patchwork-Mama wolle sie jedenfalls mit Oliver und Amira weiterhin an einem Strang ziehen. Oliver Pocher teilt vielsagendes Foto. Oliver Pocher trug zuletzt derweil trotz der Trennung weiterhin seinen Ehering, was für Irritationen sorgte. Am 18. September teilte er in seiner Instagram-Story ein Foto von sich allein in Badehose und mit einem Handtuch über der Schulter auf einer Liege. Seine ironische Beschreibung des Bilds. Mit all meinen Freunden am Chillen. Zwar kommentierte er sein Ehe aus schon des Öfteren humorvoll. Andererseits ging es kürzlich bei der Live-Aufnahme des Podcasts mit Amira sehr emotional zu, inklusive Tränen und einer Umarmung. Oliver Pochers guter Kumpel Mola Adebesy ist sich jedenfalls sicher. Die Trennung geht nicht spurlos an dem Komiker vorbei. Ich denke, der Olli findet es sehr, sehr schade und sagt, das ist eine schwachsinnige Trennung in seinen Augen. Das hat er gesagt, das sind auch seine Worte, lautet das Urteil des Moderators. Immerhin, Oliver soll sich bereits mit neuen Projekten ablenken. Sein Leben ist so, der ist immer auf der Überholspur, fügt Mola Adebesy hinzu.